Ja hoher Landtag, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, als stolzer Klubobmann eines hervorragenden freiheitlichen Landtagsklubes in diesem Hohen Haus, kann ich natürlich gewisse Wortmeldungen jetzt nicht unkommentiert stehen lassen. Zuallererst möchte ich meinem Landtagsabgeordneten von dieser Seite, also jetzt auch alles Gute wünschen, der Christoph Ranzmeier ist zu Hause krank, aber insbesondere was die Vizepräsidentin Jicher jetzt gesagt hat, aber auch die Kollegin Hagele möchte ich schon nicht unkommentiert lassen. Frau Vizepräsidentin Jicher, dass die Grünen jetzt die Verfassung und die verfassungsgesetzlichen Regelungen entdecken, ist schon ein bisschen erstaunlich, weil man sich vor Augen führt, dass die Bundesregierung, glaube ich, und auch die Landesregierung zwischen Schwarz-Grün, glaube ich, eine der Regierungen war, dessen Gesetze in einem unglaublich hohen Maß wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben wurde in den letzten beiden Jahren. Ich darf erinnern, auch im Land Tirol diese Gemeindeverordnung, wo man die eine Gemeinde nicht mehr verlassen hat dürfen im Zuge der Corona-Maßnahmen, also das war verfassungswidrig und das hat der Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Es ist auch erstaunlich, dass man jetzt offenbar Gesetze, bestehende Gesetze nicht mehr kritisieren darf. Frau Vizepräsidentin Jicher, ich bin froh darüber, dass man bestehende Gesetze kritisieren darf, gerade auch bei dem Thema, das Sie angeschnitten haben, weil wenn man das nicht dürfte, bestehende Gesetze zu kritisieren, dann hätte man heute noch ein Verbot der Homosexualität in Österreich im Strafgesetz drinnen. Das möchte ich auch dementsprechend klar sagen, also dieser Eingriff in die Meinungsfreiheit wäre ich sicherlich dementsprechend nicht dulden. Frau Kollegin Hageli, ich habe mir das jetzt extra noch einmal angehört, was Sie gestern so von sich gegeben haben und das ist schon erstaunlich und das ist drum erstaunlich, weil Sie sinngemäß gesagt haben, also wortwörtlich war es jetzt nicht mehr, aber sinngemäß haben Sie es gesagt, dass das, was der Herr Kollege Walch gesagt hat, als Ersatzgemeinderat würde ihm das nicht zustehen, dass er das sagt. Das haben Sie gesagt, Frau Kollegin Hageli, schauen Sie es sich noch einmal an. Sie haben gesagt, der Ersatzlandtagsabgeordnete Walch ist, weil er Ersatzlandtagsabgeordnete ist, darf das so nicht sagen. Ich habe nicht gewusst, dass wir mittlerweile ein Kastensystem haben im Tiroler Landtag, wo es offenbar unterschiedliche Wertungen bei Landtagsabgeordneten gibt, zwischen Landtagsabgeordneten und Ersatzlandtagsabgeordneten. Also diese Differenzierung kann auch die ÖVP machen, aber ich weiß, dass die ÖVP mittlerweile gerne differenziert zwischen Guten und Bösen. Ihr differenziert sie auch zwischen bösen Ungeimpften und guten Geimpften. Ihr differenziert sogar so und da muss ich auch sagen, Frau Kollegin Hagel, das hast du ja gestern gemacht, wo du gesagt hast, der Lockdown ist beendet. Ich darf dich nochmal daran erinnern, dass es auch Personen gibt, für die der Lockdown nicht geendet hat und das sind Hunderttausende in Österreich. Und die Kritik bitte, und das möchte ich schon sagen, auch wenn es ein Gesetz ist und wenn es auch dementsprechend in Geltung ist, die Kritik eines Gesetzes ist erlaubt und die Kritik an der Gender-Politik, Frau Vizepräsidentin Icher und Frau Kollegin Hagel, die Kritik an der Gender-Politik und deren Auswüchse, die darf man wohl schon kritisieren. Also wenn man das nicht mehr kritisieren darf, dann muss ich schon sagen, dann sind sie aber nicht auf der Seite der Bevölkerung, weil ich muss ehrlich sagen, dass wir da anders denken, wie Sie, Frau Kollegin Hagel und Sie, Frau Vizepräsidentin Icher, das ist klar, aber so denken wahrscheinlich auch 90% der österreichischen Bevölkerung anders, wie Sie zwar und insbesondere 90% in ihrem eigenen Grupp, Frau Kollegin Hagel, vielleicht sollten Sie sich das einmal zu denken geben. Danke.